Es tut mir leid, Watson. Sagen Sie mir die Wahrheit, Holmes. Ich muss es wissen. Sie haben kein Recht, mir die Wahrheit vorzuenthalten. Na los! London, 1898. Was, wenn der größte Detektiv aller Zeiten auch der gefährlichste war? Oh, ein cleveres Kerlchen. Ein Genie. Aber so böse. Und was, wenn Sherlock Holmes dafür sterben musste? Und gleich nochmal. Na, wie gefällt ihr das? Erleben Sie den dunkelsten Fall seiner Karriere. Wo ist der, dieser Teufel? Eines Tages wird er sich vor der Höhre einfach anbunden müssen. Für mich ist es zu spät, aber Sie können sich noch retten. Im September erfahren Sie die Wahrheit.